Also das Wort hat jetzt Frau Kollegin Pieper von den Piraten. Ich habe Zeit, kein Problem. Gut. Also ich kenne das aus der Schule so, dass ich immer erst rede, wenn alle leise sind. Danke. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Erstens haben unterschiedliche Fraktionen noch Redezeit, die kann man ja noch verwenden. Und zweitens würde Kollegin Pieper jetzt wirklich gerne reden und ich habe großes Verständnis dafür, dass man das nicht macht, wenn quer durch den Saal sich unterhalten oder Vorwürfe den Raum hin und her geschmissen werden. Okay, ich versuche es. Danke schön, Frau Präsidentin. Ja, das ist aber ein schöner Anfang, dieses er war's, nein, sie war's. Darum geht es nämlich hier und um nichts anderes. So, ich ziehe das jetzt einfach durch, ist egal. Also die Vorfälle in Aachen fand ich mehr als bedauerlich und ich glaube, man hätte mit sehr viel mehr Fingerspitzengefühl diese Situation gar nicht entstehen lassen können. Es gibt aber jetzt überhaupt keinen Grund, das zu pauschalisieren und da so einen Ballon aufzupusten, der eigentlich schon so ein kleines Löchlein hat, wenn man sich die Akten angeguckt hat. Ihre Forderungen, die Sie im Antrag stellen, das sind pure Selbstverständlichkeiten, was Sie da fordern. Da erkenne ich überhaupt gar nichts, was jetzt eine große Neuerung ist. Natürlich sind auch wir für Meinungsfreiheit und wir werden daher sehr sorgfältig darauf achten, ob ähnliche Vorfälle bekannt sind, waren oder werden. Und da bitte ich dann auch, Ihr Kenntnis zu bekommen, wenn da konkrete Fälle vorliegen. Aber das, was Sie hier machen, das ist nicht mein Stil. Wir sind hier, um Sachpolitik zu machen und nicht, um uns gegenseitig hier irgendwelche Sachen vorzuwerfen. Wir haben so viele Probleme in der Schulpolitik. Ich weiß gar nicht, wo wir die Zeit hernehmen, uns mit dieser Sache zu befassen. Vielen herzlichen Dank.